Hi da, was geht ab Leute, Hong hier. Mit einer kleinen Nachricht an meine Zuschauer, während das Video hier verarbeitet wird. Und zwar geht es um meine Freunde, die ich geerdet habe. Bitte jetzt Eugen Code nicht spammen. Es wird demnächst wieder Platz 2, aber das dauert eine Weile. Auf jeden Fall habe ich ja viele Leute geerdet. Und ja, wir stehen kurz vor Hyperfreunde. Da habe ich auch schon ein paar angeschrieben. Ja, wie sieht es aus, habe ich schon einen Termin, weil bis zum nächsten CD warten. Der ist in 20 Tagen, 21 Tagen. Macht natürlich wenig Sinn. Dementsprechend habe ich einen Termin jetzt festgelegt und das geht raus an alle meine Zuschauer, alle meine Freunde, mit denen ich demnächst Hyperfreunde werde. Dementsprechend wird das Video hier auch innerhalb der nächsten paar Tage auch wieder gelöscht. Aber der Termin ist Dienstag zwischen 21.15 Uhr und 21.45 Uhr, weil da werde ich wieder streamen. Sprich der Streamtitel wird auch irgendwas mit Freundeslehrer, Aufstieg und so lauten, damit auch da die letzten dann checken. Oder damit ich die letzten dann auch erreiche, dass wir da aufsteigen werden. Hat ursprünglich Sonntag geplant. Sprich gestern eine Ankündigung für Sonntag, aber Sonntag ist was dazwischen gekommen. Mehr dazu, was Sonntag passiert, seht ihr dann im Verlauf der Woche. Also, Freundesaufstieg, Dienstag zwischen 21.15 Uhr und 21.45 Uhr läuft mal rein. Aber wie gesagt, mehr dazu im Livestream dann. Abgesehen davon war es das auch schon wieder. Wie gesagt, das Video hier wird an sich demnächst wieder gelöscht. Nur eine Info an alle meine Zuschauer, weil ich die ja sonst nicht kontaktieren kann. Abgesehen davon, gehe ich jetzt ein paar Dialgas machen. Euch viel Glück, BioGain Dialgas heute. Das Video von den Dialgas wird dann heute Abend noch kommen, also schaut es da vorbei. Ansonsten, wie wir mal liken, subscribe, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab, folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab, vergesst nicht, Pokémon ist hier das Business.